Ja, liebe Freunde, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Episode der Reflexion, des Gedankenmachens, des In-sich-Gehens und vielleicht des Mitteilens. Ich habe ja das Buch geschrieben, Europas Zeitenwende, strukturelle Macht als Bumerang des Westens. Ich möchte es ein bisschen erklären. Der Ursprungstitel in meinem Kopf war Kulturbruch der Echtzeit. Und wenn wir uns hier so ein bisschen umschauen, ich stehe im Hafen von Münster, man sieht dieses Morbide, es fängt an zu regnen. Okay, so ist Rock'n'Roll. Apropos, im Hintergrund das Bürogebäude von Steffi Stefan, dem Gründer des Panikorchesters. Er hatte die Idee, Udo Lindenberg zu fragen, ob wir nicht zusammen Musik machen. Haben sie gemacht, seit 50 Jahren, beste Freunde. Panikorchester gibt es auch schon seit über 40 Jahren. Wieso stehen wir hier und wieso kommen wir auf dieses Thema? Wir schauen uns einfach mal um und sehen, wirtschaftliche Konjunkturen hat es immer schon gegeben. Nämlich die Zeiten des Aufbauens, des großen Wirkens. Wir sind hier im Hafen, man sieht dieses Großindustrielle, aber auch dahinter. Übrigens die Kirchturmspitze vom Zentrum Münsters. Das ist eine kulturell hochstehende Stadt. Katholisch, konservativ, aber auch modern, kulturell geprägt. Kultur ist mein Thema. Ich mache jetzt ein paar Vorstritt und bitte euch und auch Sie, einfach nur drei, vier Minütchen zuzuhören. Man muss sich anstrengen, aber wir kriegen es hin. Von Kolumbus bis heute. Pi mal Daumen 500 Jahre, in denen der Westen aus Europa ausgehend die Welt dominiert hat. Mit den Portugiesen, mit den Spaniern, mit den Niederländern, mit den Franzosen, mit den Engländern. Und später dann aber erst, seit maximal 100 Jahren, vielleicht auch erst seit 70 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, mit den Amerikanern als Topmacht der Globalisierung. Früher Internationalisierung. Die Europäer haben die Welt in Besitz genommen. Und dann kamen die Amerikaner und dann entstand die globalisierte Welt bis zum heutigen Zeitpunkt mit dem Peak, mit der Spitze der digitalisierten Medienwelt. Was ist jetzt das Problem? Was ist der Kulturbruch der Echtzeit, so wie ich es nenne? Im digitalen Zeitalter. Deshalb Echtzeit. Wir sind alle live dabei quasi. Früher war es so, dass es eine Wertigkeit an der Spitze der Menschheit gab. Beginnen wir da ruhig mal ganz kurz mit einem Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren, der Humanismus gelebt hat. Reden wir mal über einen Thomas von Aquin, nennen wir mal einen Franz von Assisi, nennen wir einen Leonardo da Vinci und kommen über die Aufklärung, die großen Philosophen. Hegel, Montesquieu, all diese großen Jungs, die sich über die Demokratie und die Menschheit Gedanken gemacht haben bis heute. Was hatten die alles? Die verkörperten das Bildungsbürgertum, Bürgertum richtig verstanden, nämlich den Wert der traditionellen Allgemeinbildung. Humanismus, und ich liebe einen anderen Begriff, der aber nie benutzt wird, Universalismus. Das Einbeziehen der großen Zusammenhänge. Wo sind wir heute? Und weshalb ist es der Kulturbruch der Echtzeit? Und ich sage leider, mir scheint er irreparabel. Schon alle Generationen haben sich gefragt, was ist jetzt das entscheidend Neue? Was ist die gravierende Veränderung? Und wir sehen hier im Hintergrund nochmals, es gibt immer schon Veränderungen im Sinne von konjunkturellen Veränderungen. Jetzt kommt aber der entscheidende Knackpunkt. Wir sind im Jahr 2015. Seit exakt 30 Jahren gibt es RTL, ProSieben, Sat.1, Privatfernsehen. Und ich nenne es die Banalisierung unseres Alltäglichen. Nämlich, Wertigkeit hat an Wert verloren. Es geht nur noch um Entertainment. Gleichzeitig gibt es neben der RTLisierung eine BWLisierung. Die Frage steht immer im Raume, was nützt mir das? Wie viel kann ich daran verdienen? Und mit der BWLisierung kommt die Dominanz der Verwalter. Die Verwalten, den bereits existierenden und erarbeiteten Wohlstand. Jetzt wird es leider ganz kritisch für unsere Staatsspitze. Ich habe gesagt, 1985 kam der Kulturbruch. Und in dieser Zeit gab es noch einen Bundespräsidenten wie Richard von Weizsäcker. Danach kam ein Roman Herzog, der vorher Chef des Bundesverfassungsgerichtes war, der höchsten Institution in unserem Rechtsstaat mit der Gewaltenteilung. Erste Gewalt, Exekutive, die ausführende Macht. Regierung mit Verwaltungsstrukturen. Zweite, Legislative, Parlamentarismus, Erdenken der besten Gesetzgebung zum Wohle der Allgemeinheit. Dritte Gewalt, Unabhängigkeit der Justiz, mit dem Bundesverfassungsgericht eine Spitze, um die Dinge immer wieder innerhalb der Normen geradezuziehen, zum Wohle der Gesamtheit im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Und dann gibt es so etwas wie einen weichen Faktor. Die vierte Gewalt, das sind die Medien, die das alles kritisch begleiten sollen. Diese vierte Gewalt versagt in letzter Zeit. Die Medien nehmen den eigenen Anspruch der Qualitätsüberprüfung durch kritisches Hinterfragen und reflektieren nicht mehr ernst, sondern sie wollen nur noch Entertainment, Bespaßung. Ich nenne es Primetime-Berieselung um 20.15 Uhr. Das gab es jetzt immer schon in den letzten 30 Jahren. Wie gesagt, bei RTL, ProSieben, Sat.1, Kabel 1, Super-RTL, RTL 2, das ist quasi potenziert RTL 2. Jetzt kommt der Clou. An der Staatsspitze steht mittlerweile wer? Angela Merkel? Eine Kanzlerin, die es politisch-organisatorisch gut macht, aber gleichzeitig? Tür ist auf, Steffi!